Wie elegant vorbeifahrt Uhuhu, glanzbar, oder? Nein! Ah! Bastan! Ab in! Ich bin! Jo! Ah! Zu hoch! Nein! Passt! Wunderbar! Ist der Rengang, wunderbar! Bei euch macht's doch nur mal Spaß! Schreib da um! Haha! Nur ein zweiter Colin! Randy! Haha! Randy's Mutator-Spiel, da hat man ja teilweise mit Flachzangen gespielt, ey! Ja, das haben sich die anderen aber oft gedacht! Ich war der Endsichtspieler, die ein Door gemacht hat! Das ist mal die Gegend! Oh nein! Oh! Nein! Beim Time Warp hann ich sogar vier Tore gemacht! Was ist denn das? Ja, das ist das, wo du kurzzeitig für die Zeitlupe dorscht! Was ist denn? Zeitlupe! Zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf den Ball zuspringe, also wenn der Ball in der Nähe ist... Slow motion! Und dann hast du Slow Motion, genau! Was sagt das denn? Dann die du vollhorst! Was denn?! Du hast den Ball doch noch rübergekriegt! Also fiel mal ins Tor! Ha! Okay! Da muss ich was sagen! Ist genehmigt! Warte! Lüge, wunderschön! Ich wollt' jetzt auch mal was sagen! Warte! Sonst bin ich immer der, der fertig gemacht wird hier! Was du bist jetzt immer! Sonst bin ich immer der, ja! Ja, mich auch! Oh, nur manchmal! Ja, schön! Mann! Hahahaha! Dann kommt er noch hingeblieben! So, dann muss ich jetzt noch mal kurz AFK! Wer ist AFK? So, dann muss ich noch mal kurz AFK! Also wir sind dann orange, gell? Achso! Ja! Schön! Nein! Gut gehört! Muss die mich auch ein bisschen mitspielen, bitte! Du hast doch schon mal 10 Punkte! Ne, voll langweilig! Einer! Mua! Hahaha! Schaap! Muss mal kurz AFK! Ja! Wir gehen ja in der Zeit... Du! Es hat doch plus 10 gegeben! Das hat die ja schon ewig nicht mehr! Okay! Das hat mich auch um an. In der Zeit! Aber da, ist das ja... gar nicht.